Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meine Rezepte. Heute kommt wieder ein Wintergericht Rezept aus der türkischen Küche und zwar habe ich vorbereitet getrocknete Okrabun mit Fleisch. In der Türkei wird im Sommer viel Obst und Gemüse getrocknet und diese werden dann im Winter vorbereitet. Unter anderem wird natürlich auch viel Okrabun getrocknet. Ich mag die sehr sehr gerne essen. Egal ob es frisch oder getrocknet ist, aber getrocknet schmecken sie ganz anders. Richtig super lecker und kommen wir dann auch gleich zu den Zutaten. Ich werde heute Okrabun kochen. Die sind nicht frisch sondern getrocknet. Im Sommer essen wir das sehr sehr gerne und getrocknete schmecken richtig super lecker. Die hatte ich mir in der Türkei selber getrocknet, aber die gibt es auch im türkischen Laden so zu kaufen. Die werden dann einfach mit einer Nadel in so einen Faden durchgezogen und an der Sonne getrocknet. Jetzt muss ich die einmal aufkochen, also weich kochen, nicht lange und dann kann ich weiterverarbeiten. Ich habe so ungefähr 300 Gramm Lammfleisch habe ich in kleine Stücke geschnitten. Wer kann Lammfleisch mag, der kann natürlich auch ein anderes Fleisch nehmen. Dann eine kleine Schale Kichererbsen. Ihr könnt welche aus der Dose nehmen, aber ich habe immer in meine Tiefkühltruhe welche, die ich ja vorgekocht habe. Das habe ich euch auch schon mal gezeigt. Eine Zwiebel, ein Esslöffel Paprikamark, Salz, Pfeffer. Ihr könnt natürlich auch Blatt Paprika hineingeben. Die Okrabohne wird dann kurz gekocht und eingeweicht. Ich werde das dann nach dem Kochen von dem Faden einfach abziehen. Die werden dann einfach von dem Faden abgezogen. Vorher bitte nicht versuchen abzumachen, sonst gehen die euch kaputt. Wenn sie gekocht sind, dann sind sie auch weich und können dann ganz leicht abgemacht werden. Ich werde jetzt erstmal das Fleisch anbraten, dann kommen die Zwiebeln rein. So, dann rühren wir Eiers. Okay. Okay, dann lass mal Oma machen. Okay. Jetzt gebe ich 1 Esslöffel Paprikamark hinein und brate das dann auch richtig an. Paprikamark wird dann richtig angebraten. Nun gebe ich die Kichererbsen noch mit rein. Ich gebe dann noch 2 getrocknete Tomaten hinein. Die Okrabohne kann man jetzt leicht von dem Faden abmachen. Das geht super schnell. Das Ganze ist schön angebraten. Jetzt gebe ich das Wasser rein. Bis zur Hälfte. Ein kleiner Tipp von mir, damit die Okrabohne beim Kochen nicht schleimig werden, gebe ich dann ein bisschen Stronsaft hinein. Und dann kommen die Okrabohne noch hinein. Und dann wird das so lange gekocht, bis das Ganze weich wird. Jetzt könnt ihr das mit Salzpaffa abschmecken. Ich meine, den Deckel so und lasse es dann auf schwache Hitze kochen. Also das ist sehr, sehr wichtig. Bitte nicht auf ganz hohe Hitze kochen, sondern auf ganz, ganz schwache Hitze, damit die Bohnen auch im Ganzen bleiben. Ich hoffe, dass euch dieses Rezept auch gefallen wird. Probiert das aus. Das ist wirklich lecker. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.